Seinen Mikrocontroller über eine serielle Verbindung mit seinem PC zu programmieren, das ist so 1987 und deswegen wollen wir in dem heutigen Video mal WebRepl auf unserem ESP8266 installieren, um ihn damit dann bequem über eine Internetbrowser-Oberfläche, also über eine Web-Oberfläche zu programmieren. Und Dateien hochzuladen und, 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 und. Und das machen wir jetzt. Ich verbinde mich jetzt vorerst nochmal über Pico.com zum ESP. So, hier sind wir schon drauf. Und um WebRepl jetzt zu installieren, müssen wir nur eine Zeile eingeben, weil WebRepl gibt es im Prinzip schon bei MicroPython mitgeliefert. Wir müssen einfach nur eingeben, Import WebRepl-Setup. So, jetzt kommen wir hier zu einer kleinen Setup-Routine. Would you like to enable or disable it running on boot? Gut, wir wollen es jetzt enablen, also geben wir E ein. Jetzt können wir noch, also ich habe es schon enabled, deswegen fragt er mich jetzt, would you like to change the password? Ich gebe jetzt mal ja ein. Mein neues Passwort ist dieses Hochsicherheitspasswort. Von führenden Sicherheitsexperten empfohlen. Das bestätige ich nochmal. Und jetzt steht hier, no further action is required. Wenn ihr das das erste Mal aktiviert, dann muss der ESP neu gestartet werden. Aber ich hatte das schon aktiviert, von daher muss ich jetzt nichts mehr machen. So, jetzt ist WebRepl im Prinzip aktiviert. Aber, um sich jetzt quasi auf dem ESP über den Internetbrowser zu verbinden, müssen wir natürlich erstmal den ESP zu unserem Router verbinden. Und das haben wir natürlich im letzten Video schon kennengelernt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das nochmal angucken. Ich habe den Code vom letzten Video nochmal hier gerade abgespeichert in dieser Datei. Und damit verbinde ich mich jetzt gerade mal zu meinem Router. Ich drücke STRG E für den Paste Mode. Dann drücke ich STRG SHIFT V, um das hier rein zu kopieren. Und STRG D, um es abzuschicken. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt gibt er mir TRUE TRUE. Hier ist meine IP-Adresse, die ich über DHCP empfangen bekommen habe, quasi der ESP. Und über diese IP-Adresse kann ich mich jetzt mit WebRepl, mit dem Web-Interface, verbinden. Okay, wie bekommen wir das Web-Interface? Ist eigentlich ganz einfach. Das kann man sich nämlich einfach runterladen. Und zwar von github.com slash micropython slash webrepl. Das hier ist das Projekt. Hier steht auch in dieser kurzen Beschreibung, wie es funktioniert. This repository contains the WebRepl client and related tools for accessing a microbython REPL. Also REPL ist die Interactive Prompt. Das, was wir hier schon die ganze Zeit benutzt haben. Und das kann man dazu benutzen, um diese Interactive Prompt over WebSockets zu benutzen. Also, das hier ist im Prinzip eine HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript und so weiter dabei. Und damit können wir uns dann über den Browser zum ESP hin verbinden. Okay, also wir können das hier erst mal runterladen. Das geht mit git clone. Oder hier über den grünen Button kann man das auch als ZIP-Datei runterladen. Also runterladen, kurz entpacken. Und schon haben wir das hier drauf. Danach starten wir diese webrepl.html mit unserem Browser der Wahl. Ich habe hier jetzt Firefox und das habe ich hier in diesem Tab schon mal geöffnet. Also ich habe mir hier diese lokale Datei mit dem Firefox geöffnet, die ich hier von GitHub runtergeladen habe. Und ja, das ist das WebRepl Interface. So sieht das aus. Und mit diesem Interface können wir uns jetzt zum ESP verbinden. Also, wir haben den ESP schon zu unserem Router verbunden über WLAN. Und der hat schon eine IP-Adresse bekommen. Diesmal eine dynamische. Wir können dem natürlich auch noch eine statische geben. Wie das geht, haben wir im letzten Video schon kennengelernt. Und zu dieser IP-Adresse können wir uns jetzt verbinden über diese tolle Web-Oberfläche. Dazu gebe ich hier die IP-Adresse, die wir hier bekommen haben, über den if-config-Befehl mal hier ein. Also, das ist die IP-Adresse, wie gesagt, vom ESP. So, dabei ist zu beachten, dass man hier das ws.doppelpunkt slash slash darlässt. Das ist das Protokoll WebSocket. Und der Port hier 8266, wegen ESP 8266, denke ich jetzt mal, den muss man natürlich auch noch da lassen. Das kann man dann gegebenenfalls, wenn man will, noch ändern. Okay, dazu, um uns jetzt zu verbinden, wer hätte es gedacht, klicken wir hier auf Connect. Und wir sehen, im Hintergrund tut sich irgendwas an dieser Konsole und es kommt erstmal ein fetter OS-Error. Der soll uns aber nicht weiter stören. Und hier in der Web-Oberfläche steht jetzt Password Doppelpunkt. Und jetzt geben wir natürlich unser Hochsicherheits-Passwort ein. Ich mache das hier mal gerade, das sieht man nicht, dass ich das eingebe, aber ich tippe jetzt gerade auf der Tastatur. So, 106, alles klar. Und, tada, wir sind verbunden. WebRepl connected. Und wenn ich jetzt hier Enter drücke und irgendwas eingebe, sieht man das im Hintergrund. Im Pico.com wird das quasi dann auch ausgegeben. Also, diese Python-Shell hier wird quasi nur dupliziert. Und wir können im Prinzip alles, was wir in Pico.com machen können, hier in WebRepl, in dieser coolen Oberfläche, auch machen. Und das ist natürlich ziemlich bequem, weil wir können jetzt unseren ESP einfach konfigurieren oder da irgendwelche Daten auslesen über den Browser, über diese Internetseite. Und, ja, ich sag mal, bequemer geht's ja eigentlich nicht, ne? Außer vielleicht einen Server auf dem ESP zu starten und dann über HTTP direkt auf den ESP zu verbinden. Das werden wir auch noch sehen, wie man das macht. Aber, um ihn zu programmieren und um die Python-Shell hier auszuführen, ist das schon eine ziemlich bequeme Möglichkeit. Man kann hier jetzt auch, wenn man hier rechts guckt, get a file, also eine Datei von dem ESP runterladen oder zum ESP hochschicken. Dabei muss man beachten, dass die Dateien nicht allzu groß sein dürfen. Und, ja, das werden wir dann im nächsten Video mal machen. Da werden wir nämlich die Boot.py, die wir ganz am Anfang mal uns schon mal angeguckt haben, über hier Pico.com, die werden wir ändern, um uns quasi beim Boot vom ESP automatisch zum Router zu verbinden, um dann, ja, automatisch, wenn wir den ESP an irgendeinem Netzteil anklemmen, im Internet zu sein. Und dann brauchen wir wirklich keinen direkten PC mehr, um mit dem ESP irgendwas zu machen, weil der ESP verbindet sich dann ganz automatisch von Zauberhand mit dem Router und er ist dann im Netzwerk. Also, das als kleinen Ausblick auf nächstes Video und, ja, damit beende ich dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, dann gib doch bitte ein Like oder schreib einen Kommentar und abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Bis bald und mach's gut!